Herzlich Willkommen. In diesem Bereich geht es um den Kanal selbst und Ihren Kontakt zu uns. Erst einmal, wir sind überrascht und erfreut, mit wie viel Interesse Sie unsere Beiträge verfolgen. Funktionelle Störungen sind aus unserer Sicht häufig nicht gut verstanden und leider oft auch nicht gut behandelt. Es ist uns ein wirkliches Anliegen, Ihnen eine neue Sichtweise zu vermitteln, um Beschwerden besser erklären zu können und so zu rationalen und wirksamen Therapieansätzen zu führen. Wir möchten nun hier die Möglichkeit nutzen, um mit Ihnen in einen noch besseren Austausch zu kommen. Wir erhalten bereits jetzt sehr viele Kommentare und beantworten diese. Aber das ist auch problematisch, da die Antworten öffentlich sind und die Anliegen meist ziemlich privat. Daher jetzt neue Wege. Sie können am einfachsten eine Umfrage beantworten. Wo wünschen Sie sich mehr Beiträge? Wo liegen Ihre Interessen? Sie können uns Ihre Fragen auf einen dafür reservierten Anrufbeantworter sprechen. Hier ein paar Beispiele. Hallo Dr. Weiß. Seit ich meine Corona-Infektion hatte, geht es mir einfach nur super schlecht und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr richtig durchatmen kann. Ich habe mich vor zwei Monaten verschluckt. Seitdem bekomme ich feste Nahrung nicht mehr runter. Ja, mir ist irgendwie dauernd schwindelig und es ist vor allem ganz schlimm, wenn ich lange stehen muss. Die Antwort erfolgt dann zeitnah und natürlich anonym. Die Form ist ähnlich an der medizinischen Sprechstunde, wie Sie die vielleicht aus Rundfunk- oder Fernsehsendungen kennen. Das ist besonders interessant, wenn Sie ein Anliegen haben, das auch andere Menschen interessieren könnte. Und natürlich können wir da keine individuellen Diagnosen stellen. Eine weitere Möglichkeit, Sie schicken uns eine E-Mail. Und dann gibt es die Möglichkeit einer persönlichen Beratung in Form einer Videosprechstunde. Wir sind sehr froh, dass es diese Form der Sprechstunde gibt. Sie kann direkt und unkompliziert gebucht werden und wird nebenbei komplett von den Krankenkassen getragen. Wir und die Patienten, die bisher darin teilgenommen haben, sind sehr angetan. Und last but not least können Sie natürlich auch einen persönlichen Kontakt vereinbaren. So, soweit zu diesem Bereich. Danke für Ihr Interesse und alles Gute.